So, das da müsste Bosla sein. Also genauer gesagt die Kirche in Bosla. Uh, da fahr ich jetzt auch mal hin. Um, da fahr ich jetzt mal hin. Okay. Yeah, und. Sollte Wie geht es allerdings aus der Stahl hinunter? Ich glaube, ich will da wieder hoch. Aber hier aus der Unten sieht man wahrscheinlich eh nix. Das ist eine regelrechte Festung hier. Fertig. Sollte Da ist Jesus, wie üblich, hinkt er am Kreuz. Sollt er? Ja. So, ich habe da eben ein Pferdchen gesehen, das sind schön ins Bild. So, ich habe da eben ein Pferdchen gesehen, das ist ein Pferdchen.